Willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir befinden uns immer noch im Jade Forest und werden jetzt hier zu den letzten Sachen hoffentlich kommen. Und wir starten mit Bord Karachi. May your waters never run dry. What can I do to help? See if the new recruiter are up to the challenge. They could use a lesson in advance. Combat. Mortal Bomba. Let's see what you got. Oh, Geist. Einfach an, obwohl ich noch auf meinem Mount bin. Hä? Kein Verbeugen oder ähnliches. Arsch. Okay, damit haben wir damit geholfen. Und jetzt gucken wir mal, was da unten noch war. Defeat the captive Hosen. Und dann assist the wounded. Okay, du. Can you repeat that? What can I do to help? Is anyone in need of medical aid? Any assistance getting the wounded back on their feet would be appreciated. Here, touch, touch. Touch, touch. And touch, touch. Yeah, we did it, guys. Okay, also wir helfen im Endeffekt schon diesen Personen. Und zwar, indem wir die jeweiligen abklappern. Aber trotzdem halt doof, weil das Quest halt sagt, hey, genau, hilf mir bitte auf die Art und Weise. Und in dem Quest-Text ist es komplett anders detailliert worden. Dementsprechend war das leicht verwirrend. Gerade auch vor allem dieses Kehrt-zurück-hier-Herm-Quest kam so gefühlt aus dem Nichts. Und ich habe dafür gesehen, das ist natürlich auch möglich. Okay, auf jeden Fall haben wir hier Defeat the Captive Hosen. Jetzt erst mal vor allem nicht mit ihm hier reden. Oh, ein Hosen-Brawler-Elite. Oh, oh. Hallo. Mit den Warten. Winning any battle is just as much about understanding the opponent as it is to knowing how to fight. How can I do help? Let's see what the Hosen have installed for us in combat. Oh, 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 gack, gack, gack. Come on, fight me, asshole. Okay, that's it. Ich hatte wirklich gewartet, dass dieser Kampf gefährlich ist, gerade weil er doch ein Elite-Gegner war. Aber der ist ja wirklich einfach noch um mir kippt. Oh, well. So, ansonsten lassen wir mal kurz eine Sache gucken. Ab Level 90 bekommen wir nochmal die Möglichkeit, ein Talent auszuwählen. Und ich glaube, da war es auch... Better Cry has to reduce the rage cost. Ach, aber zu selten. Colossus Smash Grand to 10% Haste. Ich glaube, das ist das, was wir machen sollten. In for the kill. Als nächstes. This land tests us, friend. Impressive work, very wolf. We should be ready to move out shortly with our allies at our side. There is nowhere we can be defeated. Remember, the king is counting on us. Schwimm, schwimm. Also so finde ich es an, in ihm zu schwimmen. Mit diesem extra Waffen nochmal obendrauf. Genau, wir sollen nämlich hier diesen Vollidioten auf die Nase hauen. Wie auch immer das genau sein wird. Ist da was Interessantes drin? Da sind zwar Sachen drin, aber nicht wichtig für uns. Okay, und zwar haben wir hier wirklich einfach nur... Hat der Kollege nicht auch hier wieder von irgendwelchen anderen Sachen geredet? Oder bin ich jetzt einfach so besoffen, dass ich das nicht mitbekomme? Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Das liegt vermutlich daran, dass ich irgendeinen anderen Charakter habe. Ja, ich weiß ganz klar. Der Monk. Der Monk hat nämlich auch eine Möglichkeit, Taunt einzusetzen. Und bei dem liegt Taunt auf Shift 1. Und dementsprechend drücke ich halt gelegentlich die falsche Taste. Das ist der Woopsie-Daisy. So. Ja, interessant. Da wollte ich nämlich gerade schon sagen, der ist buggy. Denn es kann gelegentlich passieren, dass der Gegner irgendwie im Boden feststecken oder ähnliches. Und dementsprechend der erste Angriff macht meistens noch Schaden. Aber alles andere ist dann wiederum schon etwas, was nicht mehr funktioniert. Aber dann haben wir auch das geschafft. Hooray. Wann waren die Affen auch vorher schon hier? Wir waren ja hier, um halt Enduin zu treffen. Aber ich kann ja nicht sagen. Wir nehmen das einfach mal so hin und schwimmen zurück. So klar, dass Wasser ist. Immer wieder beeindruckend. Schade, dass es mittlerweile nicht mehr überall der Fall ist. So. Nein, hier. Viel Spaß. What do you need? Did you find my missing gears and bolts? Well, these aren't as good as she deserves, but it will have to work. Put the dismantled Ballista or the Pats. We got her up and running in no time. Just your watch. You got something that needs fixing? So, then hey. It's Schowalker Loh, my vida. What's up, buddy? Oh, that's an Eigenklein Discus here. I must say, Verwulf, despite their skirmishes with the Hosen, I have never seen the genius so militant. This troubles me. We must discuss it another time, however. I have come to ask for your assistance. The fresco, where last we spoke, is nearly unveiled. I am certain that it holds ancient wisdom, knowledge that the Emperor would have us remember. My meditations alone may not be enough to discern its meaning. Please, take this heirloom to the shrine of my ancestors. I shall require their assistance. So, wir sollen mit dem Mischi reden. Um... What's up, is this... Ach so. I'm ready to leave. Ich habe einen Namen, jetzt hier. Einen Crimson Soppend. Der uns zu unserem Ziel bringen wird. Und ist das jetzt tatsächlich das Quest? Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich vergessen habe, das Ding irgendwie mitzunehmen. No, okay. Na, Moment. Das ist genau das Quest, was wir brauchen. Okay, vielleicht lege ich das doch an den anderen Teilen hinten noch dran. Määh. Ja, das ist immer so ein bisschen doof. Man hat gewisse Sachen durchgeplant. Und das funktioniert dann nicht so, wie man es in Erinnerung hatte. Und dann auf einmal doch. Aber halt nur ein paar Minuten oben drauf nochmal. Und das ist dann immer auch wieder lustig, wie man das Ganze encodet, bisschen bearbeitet. Jada, jada, jada. Also ich denke... Aber weißt du was, wir lassen das so. Wir lassen das so. Ihr werdet sehen, wieso. Ja, das ist eine völlig- A message must lie. Within what fate did the Emperor foresee Oh Oh Ha Oh Ha Oh How does today find you the law walker show shudders in spite of himself the legend there true He looks at you and disbelief I I thought sure of this immense where a myth We all did just the story to keep our children from fighting no time to talk now those officials They are feeding it it grows stronger by the moment I must research the scrolls for my family archives you take this cannon and writ and right Michi You must find a way to contain this horror that have been unleashed Jade Serpent guide you So auf jeden Fall das wollte ich eigentlich beim letzten Mal unbedingt noch zeigen wie das ganze hier mehr oder weniger endet Aber vielleicht dass wir jetzt hier noch ein paar aufgaben haben um die wir uns kümmern dürfen Denk ich geht es in ordnung dass wir das so beibehalten Sollen wir so ein bisschen augen offen halten man sieht zum beispiel nicht alles sind von anfang an Verfügung verfügbar Aber auch hier ist nicht als wir an skill gefragt Also einfach nur zieren und schießen muss ich irgendwie darauf achten dass irgendwie der gegner in angreift Alright team damit haben wir den schon besiegt I Have much research to do in very little time the emperor's message only want of the unique threat war would bring to our land dis shah Sadly the time to heed this message has passed and as for how to bring an end to this crisis the emperor's omen is silent Panari as a mystical land traveler it bears Rebears her A repeating that some of its secrets remain hidden even to the lore walker ceiling those fissures did not meant what has been broken if the legends are true It will take much more to release this land from the grasp of the shah The aggression of that battle awakened a host of a living negative emotion But you see here is likely the first of many such manifestations for now We can only try to diminish their presence here Jade Jade it hard whoo jaded The more powerful remnants of that horrible manifestation May be too much for you to handle on your own werewolf I fear I would be of little help in terms of actual combat, but I can suggest a solution The great Jade statue was soon to become a living serpent one of our Revered Celestials its construction imbued it with special powers that may sufficiently weaken those adversaries Emergency response our companions have made themselves at home in our land and brought with them a dangerous conflict the fuel is a full Extent of the destruction here where we cannot yet know already it is unspeakable Nevertheless to forsake your friends out of spite it would be against our way any that yet live Are doubtless they wounded and in desperate need of care these fireworks where to celebrate status come play their completion Use them near yours can companions to signal machine she and she will bear them off to safety Always open Auf jeden Fall wir haben jetzt hier diese relativ großen Viecher am Start und das Wichtige ist ich glaube wir müssen die hier irgendwie erst vorher finden Bevor wir auf die los gehen können Die Kleinen können wir ohne Problem machen, die Großen sind jedoch Elite Also zum Beispiel hier Ali Hopp haben wir hier einen Und wir müssen jetzt auch so ein bisschen Ausschau halten Nach unseren Freunden Leute fragt mich nicht wo man die alle findet Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich Ich habe nicht davon welche Seite man spielt So auf jeden Fall den ersten Auto French okay Zack Und da sieht man den haben wir jetzt getroffen Und hat damit seine Elite statt ist verloren und auch ein bisschen Schaden von Anfang an schon genommen Okay und das Wichtigste ist Wir wollen natürlich so viele gleich von Anfang an dabei haben Wie geht Und Ich denke als erstes sollten wir wirklich gucken nach denen Denen wir hier helfen können Denn die werden uns so ein bisschen auf der Karte angezeigt Auf der Minimap Ja okay sie glitzern auch Und zwar Sully als allererstes Send help Ja und das ist natürlich auch hier so ein interessantes Element Wo man einfach fragen muss Warum wir in diesem Kampf nicht dabei waren Man könnte immer noch sagen Hey wir gehören ja eigentlich nicht so unbedingt offiziell zur Allianz Und zwar einer für der zur Allianz gehört Aber ja wir sind dann doch eher der Adventurer Und nicht jemand der offiziell in der Armee der Allianz ist Trotzdem ist es merkwürdig Man würde denken gerade so viel wie wir gemacht hatten Dass wir dabei eigentlich hätten Im Kampf aushelfen sollen Gerade wie man doch sieht wie viele wir da trainiert haben etc So wie viele habe ich jetzt von denen Ich habe jetzt vier Es sollte hoffentlich es tun Es gibt eigentlich keinen Grund warum es das nicht tun sollte Meine außer natürlich man würde es tatsächlich schaffen das hier zu versauberteln Aber ich denke das kriegen wir hin So jedenfalls wieder gucken Und da ist auch immer so eine Sache Man kann zwar hier so auf der Minimap ungefähr grob sehen Aber dadurch dass es hier mehrere Aufgaben gibt Die man gleichzeitig machen muss Es ist gar nicht so einfach gerade die kleinen Kreise in dem größeren Kreis zu sehen Zum Beispiel hier ist einer Und da ist einer Wie man das sieht da poppt so viel auf einmal auf Okay da hinten ist einer der am leuchten ist Und das wird dann tatsächlich auch Mischka sein Das ist fiese Ich dachte nämlich Mischka ist sie damit gemeint Aber die Namen sich sehr sehr nah sind Okay dann hauen wir den noch um Klicken vielleicht nicht auf die Auf die Celestia Jade Sachen Da muss man natürlich auch hier so ein bisschen die Augen offen halten Und ich denke da ist auch relativ clever Dass man vielleicht versucht nicht alle von diesen Schar Remnants Sofort umzunäten Denn gerade wenn man auf dem Weg zurück ist Möchte man vielleicht Oder man möchte eigentlich erst alles haben Bevor man auf dem Weg zurück ist Bevor man auf einen nochmal trifft Und dann angewiesen ist nochmal irgendwelche Jade Sachen zu sammeln Etc So und da ist er Admir Taylor immer noch nicht tot Hat auch hier das ganze überlebt So sehr schön uns fehlt noch einer Und wie gesagt Wir haben das ganze genauso perfekt durch geplant Dass wir jetzt hier diesen letzten Nutzen können Haha Sehr angenehm Vor allem auch die Distanz ist für uns angenehm Dann können wir das mit dem Chart schön kombinieren Ich darf keinen Overpower einsetzen Das ist nämlich eine schöne Kombination eigentlich Colossus Smash plus Overpower So much lost And I fear very well that this is only the beginning This is terrible We must find a way to undo what has been done here He looks at you despondently This Jade was meant for so much more My thoughts will be with your fun comrades Traveller May their wounds meant well Every good story needs a hero Hey I'm not afraid of you It's you Your journey in this land has already proven most eventful Traveller And mine it appears Is destined to continue for a time A chain of events began when your people arrived here And while some of those happening are traumatic to behold I feel there must be a larger purpose behind your presence For now it is wiser that you leave this place And explore Pandaria's other region Speak to me when you are ready to leave Go smash some bad guys See you later We meet again stranger from beyond the mist This battle has extracted a heavy toll My own rebirth will have to wait for several years Learn from this stranger I do not know why the mists have opened I do not know why the mists have opened But I know that it is for a reason It is clear that you are not here to bring your war to these lands There is a darkness hidden here in Pandaria This you have seen for yourself But I am certain that the mists parted for a reason You are that reason Find your purpose here You can learn a great deal about this land From the Valley of the Four Winds There is another visitor from beyond the mists here Chen Stormstout he is called He is Pandaren But from a different homeland Walk this land with Chen at your side Make friends among the people here You will find answers In time Interessant We wise reveller proof to these inhabitants that there is more We are in the forest forever Let's go We have got to explore the valley Do not be too hasty This is how I traveled to Kalimdor One stop at a time No wonder it took you so long then You can't explore anything sitting on your butt There is more to your people than war and destruction So before we are going to do this We will just go ahead and turn on the side And so normally Man would like to go ahead Or you could go ahead Or you could go ahead And that's important Is here is a rare NPC that can spawn The not here Is there All right Because this was one of these rare NPCs The really really Knackig And the one that I would like to try So On the other hand Haben wir jetzt hier Unsere nächsten Travel Companions Come on, Uncle Chen What are we waiting for? Relax, Lily We have all the time in the world To explore Pandaria Take some time to enjoy the trip I would enjoy the trip more If we were actually going somewhere So So, and here have we two Charaktere Chen Stormstrout Und Lily Stormstrout Und dann sind zu hören Pandaren Die nicht von Pandaria Sind Ooh You seem a little barged Haha, you were sent by Bolo The Cagmander, right? Uhm From the Drunkenhausen How is his eye healing? Is his friend still hung over? Ah, this was enjoyable evening I travel well My niece and I are new to Pandaria Probably like yourself We are visitors from the Wandering Isle And to be honest Come on, Uncle Chen What are we waiting for? And to be honest we have no idea We would enjoy the trip more If we were actually going somewhere We have no idea where we are going I think that farm up ahead looks as fine a place as any To take off our shoes and enjoy Do us kind of shoes Uh, enjoy your brew What do you say, Lily? Walken, would you like to share the road with us? Come back with some stories Finally I am called Chen And this is my niece, Lily May we stay here at your farmhouse for a while? We do not have much in the way of money But I will gladly share some of my famous ale with you Greetings, Chen Lily You may stay But I do not need any of your ale Thank you We will not trouble you for long Interesting He does not like beer A very strange land indeed Really, Uncle? We are stopping already? We only moved like ten feet Okay, the both of you will follow us a little bit At least not now, but now You have the eyes of one who has traveled much So, you and all your friends are welcome to stay here as long as you like That doesn't mean that all of this farmland belong to you It's a god Chen and Lily Welcome, welcome, visitors You have come to sample some of my sons turnips Perhaps portrays a few pigs Please make yourself at home I have plenty of room I apologize for the state of the things around here The vermin Those rabbit creatures down the hill Have been pushing further and further into my family's farm And our crops Which are normally bigger And more delicious, by the way Have been suffering because of it I am no soldier But you might be Would you mind pushing some of these vermin off of our land? Family, friends Because those two guys make you feel skinny Why would I want to feel skinny? Size is strength I don't know I don't know I don't know I don't know You understand the value of a big valley So Auf jeden Fall Jene weitere Embracing the passion Vermin They know just Eh They know just eat our food They trying to start farms of their own The problem is Well, they uking doom You no believe, Muno? Last night They break into a tool shed To see equipment When we wake up We find rags and wheelbarrows planted in ground They was watering them They was trying to grow wheelbarrows Please, why are you out there? Unburry our stuff So Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Aufgabe Den Viechern einerseits die Fresse zu hauen Wie man sieht Einiges unterwegs Und auch einiges zum wieder mitnehmen Das ist natürlich auch sehr interessant zu sehen Dass sie das Zeug geklaut haben Und dann eingebuddelt haben Dementsprechend unsere Aufgabe ist das erstmal einfach nur wieder rauszunehmen Logischerweise angenehm ist Gerade hier gegen diese Kleindauern zu kämpfen Wir müssen zwar Große und Kleine besiegen Aber den Kleinen reicht es in den meisten Fällen einen Whirlwind hinzulegen Und dann können wir uns auf einmal schon so überhaupt nichts mehr Shattering Dirt Pile Wups Oh no Okay, damit haben wir das eine so gut wie schon abgeschlossen Sollen wir noch die etwas Größeren Weißt du was, du kommst mal bitte zu mir her Mr. Troublemaker Mr. Troublemaker Dankeschön Hier rüber Wollte jetzt definitiv nicht diese kleinen Rokuns hier umnieten Aber ihr standet nun mal im Weg Ein bisschen PP würde ich sagen Das ist auch angenehm, wenn gerade der Whirlwind nicht nur die ganzen kleinen mitnimmt Sondern auch den Großen gleich mit umniedelt So, wir haben das geschafft Dementsprechend interessant zu sehen, dass das immer noch aufleuchtet Obwohl wir es definitiv nicht mehr brauchen Und wir brauchen nur noch zwei von den Größeren Das wäre ganz schick, wenn die hier auch noch irgendwie in der Ecke zu finden wären Yes Come on Dankeschön Und es ist natürlich auch hier so ganz nebenbei relativ lustig, dass wir gerade eben gegen die Hosen gekämpft haben Und viele unserer Mitstreiter verloren haben oder zumindest verletzt worden sind Und jetzt wir hier mit Hosen zusammenarbeiten und unsere Mitglieder so ein bisschen egal sind Lassen Sie uns kurz trotzdem noch vorher darüber gehen Wir bekommen eine Watermelon Bomb Wir kriegen Stamina sowie Equip your damaging attacks and abilities Have a chance to grant 80 critical strike Und dann haben wir auch noch you Throw a watermelon at a target location Covering nearby enemies in sticky watermelon Which will prevent them from moving for 3 seconds Has no effect on players Das ist doch die Sache Das würde dann womöglich bedeuten Auch nicht im player-with-player Das ist doch die Sache Das würde dann womöglich bedeuten He understands the value of a big player You are most well Hello friend, care to purchase anything while you're here Peng service area around this farm Well, they are not all gone yet But there is less of them And they aren't holding their ears quite as high anymore I guess that they are scared of you, Werewolf Okay, wir bekommen was Neues Und ich bin mal so freind Geh auch hier wieder einfach nach Prozenten Your help here is appreciated, Werewolf I would like to give you another job If you are interested My son, Aang, runs a small farm Just down this hill He should have brought me some fruits and vegetables this morning But I haven't seen him all day Will you go down there and see what's going on? So, friends How are we going to find the hidden master? Okay, I thought there would have been more said Hello Oh, hello Are you looking for the owner of this place? Then look at the one down up top of the stairs I'm just a visitor like you Now if you excuse me My friends and I are trying to decide something We can talk again afterwards May the mists protect you So, do any of you know where the hidden master lives? Haha, I am pretty sure that is why he is called the hidden master, Lin Oh, sorry So, where should we search first? I can try asking the streams for guidance Ask the streams? You're no elder, Ashio You're not even a Jinju grown yet It would be a waste of your time Haha, KenKen thinks we split up Follow the four winds That's a much better idea, KenKen I volunteered to travel south, into the jungle I will follow the north wind KenKen go chase east wind Shortest walk I... I suppose I'll go west then Very well As the oldest and fattest among us I will wait here For each of you to return Good luck, friends Once we find the hidden master We can continue our training Tell me of your troubles Uh, we're listening in Don't worry, I don't mind You're welcome to search for the hidden master as well So... Ähm... Wir sind im Kampf angeblich Wie auch immer Äh... So... If you do find him, I appreciate it If you came back here and told me where he was So... And now we're here Meere Leute Im Endeffekt die vier die wir ja gesehen haben Zu denen wir jetzt hinreisen könnten Ähm... There is no hurry Willkommen Willkommen So KenKen The Hosen Personally, I'm impressed He's progressed so far in his training He got... A brain between his ears Which is more than he can... Äh... Which can be sent for most of his kind He said he... Was headed east But seeing as we are already uh... On the far east side of the valley And can't imagine he went too far from here Look at him... Ähm... For him at Zu's watch In Karasang Wilds Down the path to the south See what he has found I'm not sure where clever Arshio got this clever title from All Yinyu are clever And I wouldn't say that he's any more clever than most of them Quite the opposite actually At least he's capable fighter Or he did well enough at Tian Monastery To be selected for our training mission If you want to help him look for the hidden master You'll find him along the valley's northern border Kang's pride regularly becomes overconfidence Which often leads him down dangerous paths His current path is as dangerous as any He's headed deep into the Karasang Wilds I would normally ask for a favor of a stranger But would you make sure that he is well? It would give me a relief to know that a brave warg Was looking for him Lynn is more talented than she thinks she is strong of fist but weak of spirit With more confidence She could be better than all of us Perhaps She will find the Surety she needs on her trip into the west She is probably on her way to stone plow as we speak Stop and speak to her if you find yourself on the side of the valley So und auf jeden Fall haben wir jetzt hier Quests wie man sehen Zu den unterschiedlichsten Richtungen Also hier und dann dort Und in den meisten Fällen werden wir uns vermutlich dort nicht mehr hinbegeben Chen, I think I know why you like it here so much Du bist aber auch nicht weit gekommen Normalerweise sollte der weiterlaufen So, holen wir uns ein bisschen wo wir jetzt hier unten entlang reiten wollen Dass hier immer noch diese ganzen Mistviecher sind Und die sind natürlich weiterhin aggressiv Und ich würde die ganz gerne erstmal Wer zur Hölle ist noch Achso, hier ist was Achso, das ist der Sohn Woopsie Da bin ich schon so ein bisschen zu weit vorausgegangen Auf ein anderes Quest You go away Ich habe die Oppenzen, dass sie reden können Nope, und du jetzt auch bitte nicht weg So Grüß Gott Was? Wer war da? Mein Vater hat dich? Wir können... Er kann so knusig sein Sometimes Ich habe alles unter Kontrolle hier All right, fine Ich habe nicht alles unter Kontrolle hier Ich habe alle morgens auf Wormen Ich habe sie aus meiner Wohnung Aber sie haben mit einigen von meinen Kruppen Sie haben sie nach dem Meer Zu den Süden Ich habe keine Ahnung, was sie mit ihnen tun Aber das ist wahrscheinlich nicht zu essen Wenn mein Vater jetzt die Behandlung möchte Ich werde mir etwas Hilfe bekommen Die Kruppen wiederholen Könnt ihr mich aus? Nächster ist auf mich Okay, aber hier gibt es noch ein weiteres Quest Und zwar haben wir eine Thunderfoot hier Vorher müssen wir aber noch dem hier auf die Nase hauen Und zwar sehen wir, hier sind noch so andere Viecher unterwegs Kleinere Wormen Ich fuhr dieses Morgen, um meinen Vater zu klettern Die Wormen zu klettern Als ich zurückgekommen war, war die Kruppen voll von Mammuten Ich will sie nicht töten Aber wir müssen sie wegwerfen Hey, ich weiß Wir können die Kruppen Die Kruppen Die Kruppen mit Sturz So sie können nicht mehr in unsere Kruppen kommen So So Genau Wir können die Dinger hier zu machen Aber Wir können die Dinger trotzdem weiterhin kicken Und das macht natürlich schon durchaus anernehmen Wenn man die scheiße Viecher kicken kann Gleich müssen wir trotzdem diese Löcher hier zu machen Und wie sie so selbst ein bisschen hervorgerufen hat Die Mammuten werden schuldig, wenn sie dich verletzen, verletzen sie sich nicht Und sie werden dich alleine verletzen Willkommen Vonk Und das ist natürlich durchaus cool, durchaus lustig Aber dafür auch relativ schnell Abbeschlossen So, wir wollen natürlich das jetzt hier gleich abgeben, wenn wir eh schon hier sind Grüß Danke Sir, und jetzt kann ich zurück zu meinen Chores So, dann haben wir hier einen Gegenstand bekommen Und zwar Puntable Mammut Und zwar im Endeffekt ist es wirklich die Möglichkeit Mit einem 10 Minuten Cooldown Einen von diesen Missviechern zu beschwören Und wegzukicken Dadurch, dass ich das schon habe Delete Okay, auf jeden Fall Wir haben die Ehre jetzt hier Richtung Flussebene zu uns zu begeben Und allerhand Sachen mit uns zu ziehen Während wir uns dorthin begeben Auf jeden Fall Wir werden jetzt herausfinden, was zur Hölle die mit dem Zeug machen So, weißt du was, wir kämpfen aber hier schon mal gegen die Viecher Ich ignoriere das Zeug Ich ignoriere das Zeug, was hinter mir her läuft Als allererstes, genau Haben wir hier eine Höhle Ich würde sagen, da gucken wir als erstes ein Ein Würmennest Ja, und da sieht man Und Die haben das hier wirklich einfach nur hingebracht Erstmal Time to die Turnip Time to die You know take carrot Take Turnip Instead Interessant Also mit anderen Worten Diese Vermins Mögen Turnips nicht Haben sie aber trotzdem geklaut Um sie umzubringen Immer ganz gut zufrieden Ich werde mich nicht bis dahinten noch durcharbeiten Aber wie man sieht, die haben die runtergebracht, um sie umzubringen Okay Was haben sie denn jetzt mit den Watermelons angestellt? Denn das sind auch keine Karotten Give me all your vegetables Ähm Ja Sie haben Flaggen reingemacht, um sie als Wettrennen auf die andere Seite zu bringen Also man sieht, die sind schon leicht goofy Aber gut Wir brauchen nur fünf von denen Mit euch müssen wir da nicht wirklich großartig ins Wasser uns begeben Ebenfalls gucken wir mal ganz kurz Wir haben hier Ein Macy Soll ich noch nicht habe Na dann her damit Wir haben hier ein paar Handschuhe die nicht besser sind aber wir noch nicht haben Also auch hier damit her damit Und dann haben wir die Höschen neue noch die wir anziehen wollen Okay gut Und dann würde ich sagen Begeben wir uns zurück zu der Farm Ignorieren alles was uns jetzt hier gerade angreift Auch wenn sie Watermelons nach uns werfen Und wir geben einfach das Quest so ein bisschen schnell wieder ab Und ich hoffe dass die uns hier nicht bis hier hoch rein folgen Hallo If my father wants his vegetables I'm going to need your help Yes perfect Um Surveys is the bruised turnips and the soggy watermelons What were they doing down there? So das Beste sind angeblich die hier Also her damit You're available if my father will be wanting this Thank you again for helping with the Burman There is no hurry Okay sehr gut Damit haben wir unsere Aufgabe Damit schon mal bekommen und werden sie jetzt auch abschließen noch Müssen wir noch schnell darüber rennen Oh goddammit Was ist ein Weg So Tell me of your trust You and all your friends are welcome Ähm Do I smell turnips? Oho now that's what I like to see Most of these vegetables will be sold But I would like to keep some for my family Specifically my nephew Liang needs some to feed his pigs Unfortunately the pathway to Liang's farm is currently swarming with snack tooth vermin We are going to have to ask Miss Fanny to help us out Bring some of the food we have gathered to Miss Fanny who stands next to my house Then ask her nicely to send them down to Liang's ranch Look here comes Miss Fanny right now Und zwar dieses gigantische Mistvieh Und zwar dieses gigantische Mistvieh Das ist ne ganz schöne Warnlagung hier Hi So So Sie stirbt Forward Resultly She is dedicated to her job So Ähm Eat Turnip Mojo Okinduka So Ich muss jetzt ganz kurz nochmal gucken Was sollte man hier genau machen musste Ich meine ich weiß wie die Umsetzung ist Aber ich weiß nicht genau Achso ich glaube ich hab das Hab ich das Zeug irgendwie in Händen? Na ich hab nur das Hm Äh Wen überfragt gerade You have the eyes of one who has traveled much So So ein bisschen doof denn ich weiß was man hier machen muss Um das ganze zu schaffen aber ich weiß nicht wie man das startet Oh Mir ist irgendwie doof Habe ich das irgendwie in Hand? No I don't Wie startet man dieses Quest? Oh da hinten steht das Zeug Ok Ja und das ist etwas was man natürlich relativ leicht übersehen kann Ok damit haben wir das Zeug jetzt Und wir starten Mit der Watermelon Ah ne das Spiel sagt selbst So What would you like Miss Fanny to do to the Turnip? Hit it very softly Hit it with average power Oder hit as hard as possible Begin mit average power Bonk What would you like Miss Fanny to do to the Watermelon? Hit very softly What would you like Miss Fanny to do to the extra spicy tofu? Hit as hard as possible Bonk Nice Miss Fanny you hit it strong Alright und damit gehen wir das ganze auch da unten dann schon ab wunderbar Und logischerweise es gibt für jeden eine richtige Aussage Dementsprechend die Turnips halten einfach mehr aus als die Watermelons Dementsprechend darf man bei den Watermelons ruhig im Mittel gehen Aber trotzdem hätte man sie zerstören können wenn es zu hart wäre Bei den Watermelons Die gehen schneller kaputt Dementsprechend darf man eben wiederum nicht zu hart sagen Etc Und dann logischerweise bei dem ganz schweren Ding muss man einfach möglichst viel Kraft anwenden Das Ganze auch zu schaffen So kommst du jetzt auch noch zu uns Ja dankeschön Ja das ist immer das fiese wenn es halt so viel Zeug gibt das zwischen A und B liegt Was man sich einfach darum kümmern darf Okay wunderbar Okay wunderbar Und dann kommen wir jetzt hier zur nächsten Farm Hier sind wir Das ist mean Das ist mean Ich verstehe Und du bist derjenige Und du bist derjenige Die Food von Uncle's Farm Thank you My pigs Are picky eaters I'm not I have let my guard down for a few moments And some of my pigs have escaped Care to look for them I will start by looking down the hill To the west Und du Klar kann ich dir Und du Und du bist derjenige 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 Bösartig sein Und du bist derjenige Und du bist derjenige Und du bist derjenige Und du bist das Hier ist wie auch Das sind 5 gold afsing Gold Sind Was Natürlich Was Bekommst нас Las' Da Das ist Das letzte Schweinchen Da Auch Auf so ein gebiet wo es relativ offensichtlich ist dass man einfach mehrere sachen auf einmal machen darf sonst würde ich trotzdem ganz gern die restlichen steaks noch schnell finden vorher auf einmal keine steaks zu finden sind so lamb ring charge ich glaube in dem fall machen sie einfach nur extremst schaden oder viel schaden dann muss so noch einen weiteren da hinten wäre einer das wäre ganz schick wenn du uns jetzt aushelfen würdest weniger ist das nicht getroppt hat aber die kombination war schick das erhofft man sich gerade immer wenn man sagt kohle smash der dann doch so ein bisschen unseren schaden erhöhen sollen der one two punch ist sehr sehr annehmen was da ich der nächste sehr cool wäre es nur ideal wenn wir es auch noch hinbekommen könnten dass sie uns die quest gegenstände geben würden und das lustige bei dem turtle meet wie man sieht wochen 80 stück gegen das relativ offensichtlich dass wir das in kurzer zeit hinkriegen werden jeder von denen wird vielleicht stoppen können endlich so wie gesagt wir wollen hingehen so viel es geht holen das heißt also taunt und waffen werfen sollte ja so ein bisschen aushelfen genau mal gucken den damit nehmen den da werfen und jetzt hier einfach schon mal anfangen wie man sieht wir haben mir dann doch relativ viel auf einmal bekommen ohne ernsthaft viel aufwand zu haben so sieht man natürlich auch hier sind andere leute unterwegs ihr habt das gefühl dass hier leute unterwegs sind hier ist einer mit level 10 ich das richtig okay die levin also hier relativ geschwind indem sie halt ihnen mehr oder weniger vor allem beschützen und starke mobs besiegen weiß nicht ob die methode wirklich so schnell ist wie sich das erhoffen aber immerhin ja wenn diese ok sehr schön wir haben ja auf jeden fall auch hier den flugpunkt auf nicht mitgenommen man muss ich jetzt aber gucken ja und wir gehen jetzt zurück also ich gehe davon aus dass wir mit pandaren nicht mehr all zu viel zeit verbringen werden hallo ich würde dann doch mindestens noch so ein zwei sachen am ende zeigen okay den kollegen hatten wir das ist eine familie farm in case you haven't noticed yet we thunder food foods don't fight don't explore we don't even drink that much we do enjoy our food however it hurts my eyes to hear the hungry squirrels once you have been a big rancher for a while you can this english hungry squirrels from regular squirrels he thought through the media not just a warrior but you are butcher too you've got an eye for quality big food neighbor it's also meet into the muddy pits below und wir können ja was aussuchen scheinbar alles nichts interessanterweise sagt das spiel ist es nicht interessant für uns wäre und würde uns eher die option anbieten warum eigentlich warum wird das spiel hingehen und uns hier das anbieten was am meisten geld bringt wenn der gegenstand besser ist als das was wir bereits haben merkwürdig you go girls good to see a werewolf have you found them there should be three missing they are back back in to the sky with you three now looks up at you thank you neighbor i'm truly grateful for your assistance i'm not the only one having trouble with the stock it seems one of fan francis sheep has wandered over to my ranch for the third time this week i'm beginning to think he needs help tending to his flock you should check up on him neighbor and bring this poor little thing with you next one is on me ah we have a kleine little lamp an unserer seite so und wir sollen jetzt hier weiter reiten aber noch dort gehen wir sollen jetzt hier wieder hoch und da sieht man halt pving wolves ja da sind sie die wurde schiebs und er sehr verängstigt oh you have one of my my lamps you really shouldn't have brought the lamp back to me he was safer in that pigsty than he is over here ah the hawks are wolves first the hawks came you have probably seen some of them circling up above the wolves came shortly after i think they smelled my weakness and not nearly as brave as master shang thought i was a master will be quite cross with me if i don't do something about these beasts can you help me sir lupello i've been thinking the boss might stop attacking if we kill the pack leader we call him lupello and he patrols the opposite riverbank friends konzentration is broken by another attack perhaps you should go deal with lupello yourself story before you go no so als erstes gehen wir hin dadurch dass du eh schon alles fast verloren hast mit kranus das zeug hier vorher gut und da gucken wir mal wo wir die meisten wölfe und auch gleichzeitig plane talk angreifen können ob du kommst zu mir wunderbar du kommst bitte ebenfalls zu mir wunderbar und wir beginnen mit unserer kleinen bayblade attacke hier war auch vor allem genau zeitlich perfekt so nicht denke ich sollte aber gucken dass ich den boss gegner auch zeitlich clever plan obwohl der da ist der ganz alleine da hinten das nur mehr ich glaube das ganze land doof hätte gehofft dass man vielleicht gleich mehrere von diesen wölfen hätte mitnehmen können bad over gut dann haben wir den entfernt alles kein problem und wir gehen wieder zurück zu der anderen seite bei dabei weiten mehr sind so hoch 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 da hinten schlafen welchem sind wir mal so gemein und greifen den anrufen dem mit taunt zu uns her mit wir schon mal ein bisschen mit verbunden wieder arbeiten können ja sehr gut aber auch hier wieder mit victory rush hp herstellen ist also alles kein problem und die haben wir gleich ein paar wieder nein ist wenn man da gleich aus wie gleich mehrere von denen auf einmal finden kann das ist natürlich richtig gut das könnte sein ja genau wir brauchen noch ein wolfen haben wir das schon das hast du ja alle nehmen beides mehr der weniger zeit gleich abgeschlossen we are you from a day they are not stopping but at least we fought back right i know i should be the one fighting them off maybe i'm not cut out for shepherding at all going oh oh here comes the master frances we need to talk oh my this is bad speak up the master speaks to his shepherd boy frances you need to show bravery you have everything it takes to make a over to you you stranger you help the rest of my family frances is like a second son to me show my apprentice what it means to lack fear use this rope to lasso and defeat one of the great white hawks above us he points to the sky look at frances and leaves goodbye so unsere aufgabe ist relativ simpel joinks und unsere aufgabe ist jetzt gegen den zu kämpfen das interessante ist der held dafür sogar überraschend viel aus never mind okay normalerweise ist bei dem kampf noch so ein bisschen mehr dahinter und zwar normalerweise ist ebenfalls auch der fall dass er einen theoretisch runter werfen kann und man hält sich dann an ihm fest und muss sich dann wieder hochziehen aber nicht für uns okay sehr gut dann haben wir auch das schon wieder geschafft und wir ziehen einfach schon mal weiter shanks steht beruf mit der gerne you look for shang i think he's back so impatient are you worried that the mists are going to come back before i finish my drink well now i am are you looking for shang i think he's in the back polishing his melon oh boy that's a melon what do you need you like fear i can sense it in your heart francis has taken longer than expected to become an effective shepherd we all go through these phases my son liang was weak once too as was i but we will learn it is the thunder foot way to feel work the größer so we may have met zwei ringer to ausfall drei und ein prozent for me also next time well now i am hello again we're both what is this uh what is this the fourth time we run into one another already say my cake is quickly becoming quite empty i've heard mention of a brewery to the south west and that's where we are headed care to join us yes lily but the bottom of this mug is very interesting to me i'll leave without you don't think i'm bluffing i don't need some smelly old uncle to hold my hand all right all right i suppose we have stayed here long enough these thunder foots are good people but they do not have enough ale between them to fill a cask let's go find something to drink hmm shall we lily if beer gets you off your butt then sure let's go find you some beer farewell shang you kids have fun and mug mugs and thanks again uncle look there's somebody up ahead he looks weird we are the outsiders here lily we probably look even weirder to him only because we're traveling with this outsider oh sorry but you do kind of stand out hey yo stranger we are looking for a brewer named mud mug hello i am cold chen and this is my niece lily hmm y'all any good at fighting vermin heck yeah we are i've probably beaten up about oh a million vermin back on the wandering isle you have a vermin problem hi we will be glad to help you mud mug all right then my place is just around the corner come on let's get to that critter whompin i told you he was weird und damit haben wir unseren nächsten questgeber getroffen mud mug ja und auch hier mehr women die wir ausschalten dürfen greetings and uh salutations i suppose sorry not quite sure what to say i'm not used to having much in the way of company around here this is not unless they are here to buy some of my brew of course if you're looking for beer you came to the right place neighbor just uh excuse the mess had me a bit of a problem with the woman the last few days i'm not here uncle chen says we are going to help this guy out with his woman problem fine by me i love messing with the woman here's the plan we're going to paint some turn it orange and then we will try to convince the woman that they're carrots this can only end in comedy i will gather turnips you find something to that we can use to make eligible orange paint so before any kegs are tapped we have work to do these women are no different than these women on the wandering isle a nuisance that breathes as fast as the rabbits they resemble sure we could kill every last woman we find but what's the point in needless bloodshed let's just take out of their offers and they will slow down with their reproduction come back to some stories okay aber ich denke wir machen hier erst beim nächsten mal weiter wir sind auf jeden fall gut dabei wir sind kurz vor 89 und ich denke dass dann bis 90 nicht mehr allzu viel noch dabei sein sollte man könnte theoretisch andere sachen machen man könnte zum kundleis summit schon übergehen und da sachen machen die theoretisch wichtig sind aber wir werden denke ich hier levin 90 in the valley of the four winds machen gut ich habe mich gefallen ich verabschiede mich und bis dann gut ich habe mich gefallen 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 gut ich habe mich gefallen